Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei The Night of the Rabbit. Wir nähern uns mit rasanten Schritten dem Ende, würde ich mal schätzen. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen rumprobiert und habe herausgefunden, wie wir das weiße Zeichen in den Stein machen. Vielleicht klappt das auch. So, weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Das hoffe ich auch. So, dann können wir jetzt nämlich weitermachen. Weißes Pulver, schwarzes Pulver. Okay. So, dann ging es weiter. Ich glaube, dann kam es in das Gefäß. Ist drin. So, irgendwie so. Okay, dann haben wir hier die Kreuzung. Ich lese nochmal den Brief. Da ist ein seltsames Zeichen, wie er eine Karottenflamme machte. Genau. Das hatten wir. Schwarz, das leicht ent... Schwarz und weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay, dann machen wir das. Erst Rinde hier. Auch drin. Frucht. Und... Auch drin. Wurzeln. Genau. Jetzt ist alles drin. Jetzt können wir das auf die Kreuzung malen. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ob das auch funktioniert, obwohl ich die Rezeptur etwas abgeändert habe? Und jetzt anzünden. Äh, wie machen wir denn das eigentlich? Ich drehe nochmal mit dem Marshmallow-Spieß. Müssten wir das ja anzünden können oder so. Hier, da, mit dem Lagerfeuer. Autsch! Heiß! Und was jetzt? Das anzünden. Hoffentlich klappt's. Ähm... Dein Name. Sag mir deinen Namen. Äh... Ich bin Jerry. Jerry Haselnuss. Jeremias. Jeremias Mensch. Wie konnte es dir gelingen, mich an diesen Ort zu rufen? Ich habe einen Pulverkreis auf die Wegkreuzung gezeichnet und... Nur wenige wissen von diesem Ritual. Es braucht Stärke, um es erfolgreich durchzuführen. Nur die Stärken sind unserer Magie würdig. Des Weltenwanderns. Ich sehe Stärke in dir. Warum hast du mich gerufen? Äh... Ich brauche Hilfe, um den großen Zaroff zu finden. Zaroff. Zaroff. Er wagt es, seine Welt zu verlassen. So viel Stärke habe ich ihm nicht zugetraut. Sollte ich mich in ihm geirrt haben. Ich setze hier fest. Alle Wege führen mich im Kreis. Dieser Ort wurde in eine Falle verwandelt. Er geht nun in sich selbst auf. Ein starker Bann muss errichtet worden sein. Wer immer diesen Zauber gewirkt hat, muss einen guten Lehrer gehabt haben. Oh Mann, ich bin ein bisschen verwirrt und ich habe auch irgendwie Angst. Und ich bin aber auch voll interessiert. Und es ist alles krass, was passiert. Der alte Magier sagte, ich sollte Sie um Hilfe bitten. Ah, Romulena. Deshalb hat mich dein Spruch nicht befreit. Deshalb bin ich noch im Kristall gefangen. Natürlich. Er gesteht mir nur diese kurzen Worte zu. Doch selbst das ist ein Wunder. Was du tust, muss für ihn sehr wichtig sein. Aber wie komme ich hier raus? Eine Falle wie diese verfügt immer über ein System, das dem Fallensteller erlaubt, sie unbeschadet zu durchqueren. Ich spüre, dass du eine magische Münze bei dir trägst. Sie trägt einen Zauber, den ich gut kenne. Doch er ist nicht vollkommen. Ich habe dir ein Geschenk zukommen lassen. Die Münze wird dir nun den Weg weisen, wenn du sie durch den Raum führst. Folge ihrem Licht. Doch sei gewahr, ewig durch diese Zwischenwelt zu ehren, könnte eine Gnade sein im Vergleich zu dem, was dich erwartet, wenn du der Münze folgst. Wer war das? Ein Freund von dir? Nein, ich glaube nicht. Probier doch mal aus, was der maskierte Magier gesagt hat. Diese Orte wirst du nicht mehr brauchen. Ich hoffe, du findest den Weg zur Lichtung. Auch wenn ich mich viel lieber weiter mit dir unterhalten würde. Also was ja aufgefallen ist, ist ja auf jeden Fall, dass das die Stimme vom Marquis war. Und ich meine, ich bin halt nicht sicher, ob das irgendwie... Wirklich... Irgendwie er war ein Teil von ihm oder so. Aber es ist halt interessant. Er war anscheinend hier in einem Kristall gefangen vom Magier von Mauswald. Es ist mir alles... Ein wenig Respekt. Nun gut, magische Münze. Hier lang könnte sein. Bin ich hier richtig? Ja, aber ich hab doch... Also wenn ich Leertaste drücke hier, dann passiert nichts. Und wenn ich die Münze nehme... Hier kreuzen sich die Wege. Ich hab das Gefühl, da passiert gar nichts. Vielleicht muss ich hier irgendwie... Ach, guck mal hier. Seht ihr das? Die drei hier leuchten nicht. Der leuchtet. Hier lang? Könnte sein. Bin ich hier richtig? Bist du. Jetzt haben wir hier den hellen Pfad. Vielleicht ist es dieser Weg. Oh Mann. Hier sieht's ja überall gleich aus. Ja, aber es ist nicht der gleiche Ort. Wieder der Weg ins Licht. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Oh Mann. Ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Jetzt ins Weiß. Vielleicht ist es dieser Weg. Das muss die Lichtung sein. Die Lichtung des ersten Baumes. Ich sehe ein freiwilliger Bildteil dieser magischen Vorstellung werden. Applaus, meine Damen und Herren. Das sind die Geister aus Mauswald hier. An den Silhouetten ist das, glaube ich, zu erkennen. Das müssen die Träumenden sein. Genau. Der Bann zieht sie hierher. So ist's. Hallo, großer Zaroff. Ein freiwilliger, meine Damen und Herren. Ich habe mit meiner Hellsicht in dein Herz geblickt. Er hat dich geschickt. Ein Kind. Jeremia. Ich war einst wie du. Dann habe ich der grausamen Realität ins Auge geblickt. Den Tatsachen. Ich bin erwachsen geworden, als er mich ausgesperrt hat aus diesen unglaublichen Welten. Doch in unserer Welt gibt es keinen Platz für Magie. Ganz egal, wie gut du bist. Ganz egal, wie gut du bist. Dort kannst du unmöglich Erfolg haben. Aber das hat er dir sicher nicht gesagt. Nichts ist unmöglich. Nur für ihn. Das wirst du bald merken. Er hätte dich nicht schicken dürfen. Er wird seinen Fehler schnell bemerken. Vielleicht wird seine Trauer um dich größer sein als um mich. Was für eine lahme Vorstellung. Du musst viel lernen. Das Publikum. Es liebt nur mich. Doch genug Zeit verschwendet. Und nun, meine Damen und Herren, ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Nein! Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Haha! Jerry! Kannst du mich hören? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Macht ist nicht stark genug, um Zaros Bandzauber lange zu durchbrechen. Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarofs Geisternägel haben die Seele des ersten Baumes verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie! Gib dich nicht der Frucht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben, darfst nicht aufgeben, nicht aufgeben, aufgeben. Musst aufgeben, du musst aufgeben. Wo bin ich? Ich bin, ich bin wohl eingeschlafen. Der faule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! Und so einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrileg! Hm. Plato! Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Welcher Wicht wagt es, die Waldesruhe zu stören. Quakte die Kröte ärgerlich. Sie machte es ganz und gar nicht, wenn man sie weckte. Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald. Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt, eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu wollen. Ich sollte sie mal ansprechen. Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme. eine sehr gute Idee. Der kleine dumme Jerry ist völlig verwirrt. Ich finde das alles überhaupt nicht nett, was hier passiert. Was ist denn das? Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder, sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Ich werde dich zerquetschen. Sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was? Hier ist ein Skript. Das würde ich gerne lesen. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein Skript. Im Band des Zaroff. Erster Akt. Der kleine dumme Jerry. Ich bin doch nicht dumm. Gehasst von allen Waldbewohnern. Nein, das ist nicht wahr. Immer nur am Nerven und Schnurren. Gar nicht. Endlich zertrampelt von der bösen Felsenkröte. Wer schreibt denn sowas Gemeines? Was für eine Heusüse. Nichts ist so, wie es scheint. Du musst aufgeben. Die Geisternägel verdunkeln die Seele des ersten Baumes. Gib einfach auf! Die Echsen. Zaroff. Hurra für Zaroff! Ich muss Zaroff aufhalten! Woo! Jerry! Verdammt! Hm. Ich hab noch nicht ganz verstanden, was ich machen kann, glaube ich. Pappkameradkröte. Zwei große Felsen. Die natürlich viel zu schwer für Hühnerbrust-Cherry waren. Ha! Dir zeig ich's. Siehste? Mama hatte recht. Die Milch macht's. Lichtschalter. Hm. Was der Schalter wohl macht? Er macht Licht. Wie überraschend. Jetzt haben wir noch ein Sprachrohr. Hallo? Guten Tag. Luminanz Beleuchtungsservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein guter Freund von mir würde gerne mal wieder im Rampenlicht stehen. Wer ist denn der Glückliche? Eine große Keute. Hier auf der Bühne. Sehr schön. Wie ich sehe, eine wirklich gewaltige Aufgabe, den Herren ganz auszuleuchten. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. So, jetzt müssten wir die Sachen abreißen können. Oh, die sitzen aber fest. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Die sitzen zu fest. Ich muss mir was anderes überlegen. Ein Wunder, dass die Kröte überhaupt atmen kann. Mit den Zetteln an den Nasenlöchern. Die Poster sind echt grässlich. Sagte der dumme Junge, der sein Weltraum-Oktopus-Bild aus der ersten Klasse für ganz große Kunst hält. Hey, ich hab ne 4- darauf bekommen. Das ist ein ziemliches Arschloch da. Da unten der. Was passiert sonst noch? Okay. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Im Band ist Zaroff. Erster Akt. Nichts. Ich muss Zar... Verdammt. Verdammt. Kann ich ihn hier anknacken? Das ist echt eine gute Idee. Er kann mich wohl nicht hören. Kann ich die Kastanien hier reinwerfen? So sind die Dinger völlig nutzlos. Naja, was heißt denn so? So sind die Dinger völlig nutzlos. So sind die... So... 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 Hm. Hm. Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Hm. Sie lässt mich nicht an sich ran. Also nochmal Sprachrohr bitte. Hallo? Hallo junger Mann. Das übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Super. Vielen Dank. Dann können wir jetzt nämlich Kastanien in die Nasenlöcher einer riesigen Kröte stecken. Das klingt nach einer tollen Idee. Oh oh, die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich... A-Tschuh! Mein Geist klärt sich. Ich war bereit, dich zu zerquetschen. Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Wow. Ich kehre nun heim. An den Strom der Zeit. Ich wollte gerade sagen, da war die Animation irgendwie kurz defekt. Ist euch das nicht gut genug? Plato, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber mein Freund Sherry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Was sagst du, Jerry? Du willst mein... Aber ich... Jerry war egal, was der Frosch sagte. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Ja, soweit sind wir schon. Da machen wir jetzt mal den hier. Immer noch nicht. Wo warst du denn? Doch jetzt. Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Äh... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt die Nagel? Das glaubt doch keiner. Erster Akt abgeschlossen, würde ich schätzen. Houston. Ja. Nun...